Servus, wir haben ein Tom und Basti aus dem Bayerischen Wald, ein Niederbayern. Also er ist nur der Tom und ich bin nur der Basti. Miteinander Tom und Basti. Wir machen ein Wirtshaus, Musik und Geschichten und Lieder und manche sagen sogar Kabarett. Da kämen wir uns nicht so aus. Aber anscheinend soll es so sein. Wir haben festgestellt, wir haben heute zum Mausbräu reingegangen in das Wirtshaus. Wir haben uns zum Stammtisch hingesetzt, also zu dem Kachelofen. Und haben beide das Bedürfnis gehabt, dass wir Musik spielen. Obwohl wir noch gar nicht müssen hätten. Weil es so gemütlich war. Vor der Zeit, das machen wir normal nie. Und wir versuchen einfach, dass wir Witz und Heimatverbundenheit kombinieren. Wenn der Onkel Egon 60 wird. Denkend einmal zwei Affen unter der Duschen. Dann sagt der eine. Dann sagt der andere. Mach halt Kälter. Kannst du lassen? Kannst du lassen? Kannst du lassen? mit der Ehre, keine Kälter. Denn die Zeiten sind keine Wiener. Böken wir raus. Schön gleich. Ach. Vielen Dank.